Jeder kennt die Situation. Das Smartphone ist leer und weit und breit keine Steckdose. Aber ich hab da was für euch. Und zwar mit satten 26.800 mAh im Inneren. In dieser Powerbank steckt wirklich jede Menge Strom. Auf einem Camping-Trip könnt ihr da sogar noch Freunde mitversorgen. Erfreulicherweise unterstützt die Powerbank auch Quick Charge 3.0. Im Inneren steckt natürlich zuerst mal die Powerbank selbst. Und make no mistake, das ist wirklich ein ordentliches Stück Powerbank. Dazu gibt es, obwohl wir inzwischen 2017 haben, ein Micro-USB-Kabel. Für unterwegs gibt euch der Hersteller ein Tragetächerchen an die Hand. Ein paar Sticker dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wie so oft befindet sich kein Ladegerät im Lieferumfang. Geladen wird die Powerbank entsprechend des Lieferumfangs mit Micro-USB und nicht etwa per USB-C. Auf der Front haben wir drei in Anführungszeichen normale USB-Ports und einen für Quick Charge 3.0. Kompatible Smartphones können damit schneller aufgeladen werden. Voraussetzung hierfür, die Smartphones müssen Quick Charge 3.0 unterstützen. Verwendet ihr noch ein Smartphone mit Micro-USB, könnt ihr das mitgelieferte Kabel zum Laden der Powerbank, aber auch für euer Smartphone nutzen. Die Powerbank schaltet sich automatisch an, wenn ihr ein Smartphone oder ein anderes Gerät anschließt. Jenes wird dann umgehend mit Strom versorgt. Ihr könnt entweder zum Beispiel auf einem Festival mit anderen Leuten teilen, oder die ganzen knapp 27.000 mAh für euch selbst nutzen. Die Powerbank lohnt sich vor allem für die Leute, die unterwegs wirklich mehrere Geräte dabei haben, die geladen werden wollen. In meinen Augen wäre noch ein Steckdosenplatz schön gewesen, denn 27.000 mAh laden auch locker mein MacBook. Habt ihr bereits ein USB-C Notebook, ist das Laden jenes natürlich gar kein Problem. Währenddem eure Geräte geladen werden, könnt ihr auf dem Display vorne sehen, wie viel Power in der Powerbank noch vorhanden ist. In der Werbung wird dargestellt, wie man die Powerbank sogar mit einem Auto überfahren kann. Das werde ich hier nicht nachstellen. Erstens mangels Auto und zweitens mangels Zerstörungswut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Einen hochwertigen Eindruck macht die Powerbank trotzdem. Gerade Leute wie ich, die ihre Gadgets gerne mal einfach in die Tasche werfen, dürften sich hier an der Langlebigkeit erfreuen. Für mich ist die Powerbank auf jeden Fall mein Standardbegleiter, zum Beispiel bei Wochenendtrips geworden, wenn ich unter anderem mein Handy und meine Drohne laden muss. Ihr habt noch Fragen zur Powerbank? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der NerdBench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die NerdBench.